Meine Vorratskammer? Voll. Saftiges Fleisch und frischer Fisch? Check. Buntes Obst und Gemüse? Check. Genug zum Trinken? Oh yes! Wenn ich noch am langen, stressigen Arbeitstag heimkomme, möchte ich nicht mehr stundenlang in der Küche stehen. Aber was Schnelles, Leichtes, Unkompliziertes, darauf habe ich immer Lust. Natürlich darf ein schnelles Dessert auch nicht fehlen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017